Das ist ganz rechts steht Rucksack. Der ist dritte. Hast du es? Das sind die, die nicht ausgerüstet sind. Das ist alles. Ach, das ist gut, das kalt gemacht. Das kalt ich mir auch. Die Waffen auch verkaufen, was nicht gut ist. Die schlechten ja, weil die sind ja bloß Platzverschwendung. Was ist das? Persönlicher Gegenstand, okay? Was ist das? Was ist das? Okay. Ähm, ähm, war ich okay? Nee, ich hab mir was verkauft. Ich wollte ihn nicht verkaufen, wohin. Kannst du links zurückkaufen? Oh. Das hat auch vier Pfeile rauf. Das hat zwei Pfeile runter. Vier Pfeile rauf. Drei Pfeile rauf. Keine Ahnung, ich kann ich mir's einmal wissen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Du musst an meinem Bube einmal was zum Fressen gehen. Und ich mach in einer Stunde Feierabend. Ich sollte einem trotzdem was zum Fressen gehen. Ach so, wo bist denn du? Über dir. Über mir? Hm. Ah, da? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Auf was? Ich warte die ganze Zeit. Dass du fertig bist. Ach so. Ja, entschuldige. Alles gut. Ich hab ja gesagt, das geht mir zu schnell. Was machst du da? Du springst mir ab. Oh mein Gott. Aber die Markierung siehst du, oder? Welche Markierung? Wo wir hin müssen. Äh, irgendwas sehe ich da ja. Ja. Ah, ich springe. Da müssen wir her irgendwo. Da runter? Da steht. Das war zu weit. Wo müssen wir hin? Das siehst du an der Markierung. Das musst du einsammeln. Äh. Äh. Ich geh mal da her. Dann stirbst du so wie ich. Ne, ich sterbe nicht. Ich seh die Markierung nimmer. Ist über dir. Über mir? Hm. Ach. Du musst ja im Flug einsammeln. Oh mein Gott. Eingesammelt. Ich. Eben. Ich kann das nicht. Bis der Mond aufbrach. Alle starben. Und wenn sie nicht gestorben wären, würden sie vielleicht noch leben. Ende. Wie findest du das? Die Handlung ist zu dünn. Zu dünn. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Ich auch nicht. Diegons überrannt. Die meine. Äh. Sie haben sie getötet. Ah. Lunch. Lunch. Hallo. Hallo. Ja. Ich will da raufkommen. I am here. Ich noch nicht. Urwo. Nicht darüber springen, flieg ich rauf. Ich muss ja in die Ecke springen. Ich muss ja in die Ecke springen. Äh. Äh. Ja, ich krieg keine Luft mehr. Das wäre schlecht. Der müsste wahrscheinlich sterben da unten. Was? Du sponst eh wieder neu. Ja. Na mal. Äh. Sei mir so mal. Sonne bis jetzt hier ist allgemein. Er ist eh nicht besser. Ohne Sauerstoff würde es eh nicht mehr gehen. Aaaaah. Iaaah. Tot. Tod. Geht's? Oh, geht's nicht mehr. Hm. Ich komm, ich komm ja wieder zurück. Bin unterwegs. Wie ist denn du denn? Bin ja bei dir schon. Jetzt muss man wieder hoch. Jetzt muss man wieder hoch. Guck, guck, bist du? Ah, bist du. Bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hey, lass mich ruh. Der will doch nur kuscheln. Mit mir aber nicht. Ich mag nicht kuscheln. Na? Aber achte auf deinen Sauerstoff. Ja, mach ich eh. Sauerstoff. Kann ich da rein? Kann man da auch schießen, erinnert? Natürlich. Ich. Wer ist? Ich. Und tschüss. Schau mal. Da ist ja noch was. Der ist auch schon weg. Ich habe 39 XP. Mhm. Ist das gut? Sehr gut. Sehr, sehr gute. Und jetzt? Jetzt müssen wir, dass da einsammeln, was da liegt. Das Headkanon. Der macht den Titel Baby Kragens Abenteuer. Baby Kragens Abenteuer. Da sahen sie seltsame Zweibeine gewesen und dachten sich, endlich was zu fressen. Also sah Baby Kragens und seine Mama über das Lager her. Flamey richtete einen Zweibeiner übel zu und Baby Kragens tötete einen weiteren. Baby Kragens weg. Wie so eine feige Bitch. Dummes Stück Scheiße. Wo ist denn die da? Wo ist denn die da? Das hat jemand mit Baby Kragens. Das hat jemand mit Baby Kragens. Das hat jemand mit Baby Kragens nicht schlechter. Oh, das ist geil. Also damit das klar ist. Ja, die meisten meiner wahren wurden toten Abenteuer auf den Händen gerissen. Auf den Händen gerissen. Ja. Ich nehme wieder mein das. Wo bist du? Ich bin ein Herr. Schon wieder weg. Hm. Wir müssen weiter. Wo weiter? Nächsten Markierungen. Und alles gut. Soweit. Bis auf meine Nase, Irin. Sonst ganz gut. Er fliegt schon wieder. Mhm. Jetzt bist du schneller unterwegs. Ah, ist sie gesehen? Hm? Ist sie gesehen? Was? Wie schnell unterwegs bin. Ah. Verliest aber dann mehr aus. Ding. Sauerstoff. 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 Warte, hier lang oder? Ach komm. Kusch dich, du nervst. Der ist schon weg. Aber ich muss mal da kurz draus. Das ist genauso wie bei Velheim. Die Graulinge. Die nerven auch. Hä? Hast du jemanden gesehen? Ich schieße mit einem Revolver. 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 Ja. Ich schieße mit einem Revolver. Ich schieße mit einem Revolver. Ich schieße mit einem Revolver. Sauerstoff! Sauerstoff! Ich brauche Sauerstoff! Ich werde schießen! Ich auch! Ich höre Schaden! Schaden! Hey! Eine Waffe! Aber schlecht! Ich habe mein Geld zurück! Ich habe mein Geld zurück! Au! Du schreien die Au! Hm? Warum rennt er so schnell? Oder er flüchtet, weil er nicht Leben hat. Du schreien die Au! Mach los! Ah! Ha! 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 Ich muss zugeben, ich sehe ziemlich cool aus! Was? Ha! Das war's nicht! Ha! 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 Katzenmageda! 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 Hu! Du bist nie wieder zurück! Oh! Ich bin nicht drauf gekommen! Ha! Da war irgendwas! Oh! Mir ist ja nichts! Ha! Ah! 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 Was ist das? Peng�ng! Der Sauerstoff ist leer. Ja, meiner auch. Ja, aber zum... ...machen. Wo ist da was zum... ...machen? Hier. Ja. Hier. Dabei schießt du. So. Und jetzt? Zurück. Den ganzen Weg wieder zurück. Oh. Wie geht's? Ich geh jetzt schon wieder einsammeln. Money, money, money. Kaboom. Kaboom. Ich seh dich. Ich dich auch. Ah. Angeschossen. Aha. Ich weiß. Medikin und Schöne für dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, eine Hunde mit Leid. Oh. Ah. Oh mein Gott. Kann man denn ein Bein machen? Wie wähle ich eigentlich die... ...die... ...die... ...die Granaten? Mit G. Kannst du werfen. Ah. Und Explocieren die? Ah ja. Ja? Äh, okay, jetzt weiß ichs. Money, 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 money... Ich habe ja das schon geschlossen. Wir müssen zurück zum Abgabepunkt. Achso... Also solange wir noch kein Fahrzeug haben, geht's noch zur Fußweite. Achso... Achso, gut. Max ist schon reingekommen daheim. Hm? Was war das? Was denn? Der Max hat mir gerade geschrieben. Achso. Wir sind schon zu Hause. Wahrscheinlich. Ich hab gesagt, wir müssen mal schreiben. Wenn wir reingekommen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hoi. Aber du hast Spaß, oder? Hoi. Wir müssen springen, ja. Hoi. Ah. 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 Wir müssen schon Level 5. Wow. Du bist Level 5, ich bin Mitläufer. Du bist offen. Was? Seh dich. Ja, ich dich, ich, ich, ich dich auch. Aber ich muss da nicht drauf. Geh wieder mal da durch. Mhm. So. Luft, die Luft. Was? Wir sind noch immer nicht da, oder wie? Nein. Oh mein Gott. Zu Fuß hat es am längsten. Nein. Ich muss die Tabletten nochmal nehmen, dann. Ja. Hup. 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 Die wuchs amatmen eigentlich. Aber jetzt würdet ihr wissen, dass ich zur Telekom wechsel, dann funktioniert das Internet besser als vorher. Bitte was? Jetzt würdet ihr wissen, dass ich zur Telekom wechsel, funktioniert das Internet besser als sonst. Wie komm ich da rauf? Komm ich ganz unten rauf? Unten ist am schönsten. Unten ist am schönsten, Holo. Wieso ist unten am schönsten? Wie kann der runter? Unten ist am schönsten. Warst du nicht irgendwo oben? Nö. Im Stich gelassen, ja genau, er hat mich im Stich gelassen. Was schreibt er? Ich bin wieder gut in der Heimat angekommen. Bei dir liegt ne Waffe, wenn du die brauchst. Was? Neben dir liegt ne Waffe. Ja. Eine Peng Peng. Peng Peng Peng. Peng Peng Peng. Peng Peng Peng. Ich bin Sleun. Wieso hat sie nicht verkauft? Wem? Die Sachen. Ich hab's verkauft. Ja. Dann schmeißt du was raus? Nö. Äh. Ja mach ich. Also muss ich verkaufen gehen, oder wie? Und rauswerfen. Vielleicht hast du bessere Waffen, die ich nicht hab. Ja. Sehr well. Äh. Hahahaha. So. Habe ich jetzt raus gerade? Bis jetzt nicht. Ich muss mit der Kuh. Raushauen. Ach so. Ah! Was ist das? Moment. die waffe habe ich auch was ist das bitte die muss man wechseln wie kriegst du das wechseln bei tauschen wie willkommen in meinem bescheidenen lach ist ja geil viel Glück wie magazine größe 20 magazine größe ist ja je nachdem wie viel in einem magazin drin ist ein boing und was ist das 17 was ne 7 8 ich geh mich da nicht aus tut mir leid Und nimmst du den schönsten Charakter, der es gibt im Spiel. Nee, komm, ich will das wieder. Daher. Nein, nicht das. Das. Warum tust du das? Was denn? Er ist sicherlich gut.